Hallo, hallo, meine Lieben! Ich habe heute die Ehre, den Like a Barbie Tag zu machen. Wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, bin ich nicht die einzige deutsche JJ hier auf YouTube, denn es gibt auch noch JJ Jackpot. Und nein, für alle diejenigen, die denken, oh mein Gott, nur weil JJ in letzter Zeit so ein bisschen mehr Abonnenten dazu bekommen hat, macht ihr jetzt was mit größeren YouTubern? Erstens, ihr solltet mich besser kennen, so bin ich nicht. Zweitens, JJ und ich kennen uns schon relativ lange. JJ war nämlich mal Kundin bei mir, bei MAC und ich habe sie geschminkt und seitdem sind wir so. Ich persönlich finde sie mega cool, ich feiere sie total hart, weil sie halt einfach total ihr Ding durchzieht. Ähnlich wie ich, ihr ist egal, was andere Leute über sie sagen, sie ist halt einfach sie, JJ. Voll geil. JJ Jackpot hat sich überlegt, dass sie ihren eigenen Tag erstellt und hat vier YouTuber getaggt. Einer davon, yours truly, Queen JJ. Deswegen auch heute so ein bisschen mein Outfit. Ich habe gedacht, wenn ich schon den Barbie-Tag mache, muss das ja auch so ein bisschen passen. Ich habe erst überlegt, ob ich die Chance nutze und mich in diesem Zusammenhang blondiere. Ähm, ihr seht, ich habe es nicht getan. Aber für einen kurzen Moment war der Gedanke da. Naja, ich sehe schon, ich hatte eigentlich geplant, dass das Video mal nicht tausend Minuten geht, wie sonst, sondern ein bisschen fixer. Dementsprechend, let's do this, go! So, Frage Nummer 1. Welches war deine erste Barbie? Meine erste Barbie war ziemlich sicher. Eine blonde Barbie mit irgendwas Pinker. Ich liebe Pink. Ich bin mir relativ sicher, dass ich mir irgendeine ausgesucht habe, die auch was Pinkes anhatte. Blond, hundertprozentig, weil in mir drin, tief in mir drin, Blondine, hundertprozentig. Aber welches es genau war, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass meine absolute Lieblings-Barbie, das werde ich niemals vergessen, war eine Meerjungfrau-Barbie. Und zwar hatte die so einen Meerjungfrau-Schwanz. Und ihr wisst, I'm obsessed with Mermaids. Frage Nummer 2. Liebst du Pink? Habe ich gerade eben schon erzählt, ich liebe Pink. Ich bin nicht so all pink everything. Ich bin eher so black and gold and white and classy. Ähm, ich mag aber zwischendurch Pink schon sehr gerne. Rosé ist auch okay. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Heute musste ich definitiv pinke Lippen haben. Meine Nägel sind auch pink. Ähm, soviel zu dem Thema. Aber Pink ist schon eine sehr, sehr geile Farbe. Was ich gar nicht mag als Farbe, ist gelb. Gelb ist überhaupt nicht meine Farbe. Frage Nummer 3. Blonde oder braunhaarige Barbie? Ich persönlich muss sagen, ich mag die original blonde Barbie sehr, sehr gerne. Ich fand aber auch die braunhaarige, wie heißt die noch? Kelly? Ist das richtig? Oder ist Kelly... Nee, ist richtig. Kelly ist die braunhaarige und Shelly ist das Baby. Barbie? Ja, genau. Ich konnte mich natürlich immer besser mit der braunhaarige identifizieren. Mein Lieblings Barbie, die Mermaid, also die Meerjungfrauen Barbie, war aber blond. Dementsprechend muss ich schon sagen, wenn ich mich von eins für beiden entscheiden müsste, definitiv die blonde. Frage Nummer 4. Bis zu welchem Alter hast du mit Barbie gespielt? Ich denke, ich war locker zwölf. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich noch in der fünften Klasse mit meiner Barbie zwischendurch gespielt habe. Sechste bestimmt auch noch. Ja. Also, die komplette Orientierungsstufe damals bestimmt. Ja. Also, bestimmt bis zwölf. Danach fand ich Jungs einfach interessanter als Barbies. True sorry, I ain't sorry. Frage Nummer 5. Siehst du selber aus wie eine Barbie? Ähm, heute so ein bisschen wie eine Kelly. Ähm, an sich aber eigentlich gar nicht. Ich bin eher so ein bisschen die Drag Queen Barbie. Außerdem ist Barbie ja, glaube ich, eine Size minus 1. Und ich bin definitiv keine Size minus 1. Ich trage meistens L oder XL. Dementsprechend. Ich bin eher die Plus Size Barbie. By the way, finde ich super cool, dass Mattel jetzt sich dazu entschieden hat, auch mal Barbies rauszubringen, die nicht ganz so magersüchtig aussehen. Es kommen ja demnächst, ich weiß nicht, ob es alle schon von euch gehört haben, auch die normal gewichtigen Barbies, sag ich mal raus. Denn die Standard Original Barbie ist ja eigentlich so dünn, dass sie herausgefunden haben, dass die gar nicht überleben könnte. Und sowas wird Kindern als Vorbild gegeben. Whatever. Man hat ja gesehen, was aus mir geworden ist und Barbie war definitiv mein Vorbild. Frage Nummer 6. Mit wie vielen Jahren hattest du deine erste Barbie? Das weiß ich noch relativ genau. Ich kann euch nicht sagen, wie alt ich war, aber ich kann mich an den Moment erinnern. Ich war nämlich mit meiner Oma bei Real im Supermarkt. By the way, not sponsored. Und ich war in der Spielzeugabteilung, während sie halt den normalen Lebensmitteleinkauf gemacht hat. Und ich hab mich da so ein bisschen durchgewurschtelt und so. Und ich hab die gesehen und hab nur gesagt, oh mein Gott, ist die schön. Oh mein Gott, ich muss so eine Puppe haben. Unser Deal war halt immer, sie holt mich aus der Spielzeugabteilung ab und wenn ich davor irgendwie lieb war, krieg ich was. Und ich musste diese Barbie haben. Ich musste diese Puppe haben. Es gab keinen Weg dran vorbei. Und sie meinte halt, ja, aber guck mal, das ist doch für Mädchen und willst du nicht lieber ein Auto oder ein Bagger? Ich war ein sehr angenehmes Kind. Ich hab mich dann auf den Boden geschmissen und angefangen zu heulen. Und inkonsequent, wie meine Oma war. Also ganz ehrlich, wenn mein Kind das machen würde, ich würde es liegen lassen und schreien. So by the way, viel Spaß, allein nach Hause zu kommen. Sie war nicht so konsequent und hat es halt gekauft. Und dann hatte ich meine erste Barbie. Ich war bestimmt vier, fünf. Na, ja, vier, fünf um den Dreh. Frage Nummer sieben. Schminkst du dich eher like a Barbie oder magst du es eher natürlich? Ich schmink mich gern like a Barbie. Also Barbie hat doch, glaube ich, blauen Lidschatten drauf und pinke Lippen. Pinke Lippen habe ich heute auch als Tribut an sie. Ich hab erst überlegt, ob ich mir eine Lidschattenfarbe auch blau mache. Aber dann war ich nur so, hm, too much. Too much. Außerdem war ich mir nicht mehr sicher, welche Lidschattenfarbe Kelly trägt. Und dann war ich nur, nee, ich bleib bei altbewährtem. Braun, Orange, Gold, Liner, Lashes. Mein Deal. Frage Nummer acht. Traumschiff oder Traumhaus? Wo würdest du lieber wohnen? Ich persönlich wär super schnell sehkrank. Ja, viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich wundern. Auf der einen Seite erzähle ich, oh mein Gott, mehr Jungfrau, Hauptsache beim Wasser, bla bla bla. Aber ich bin definitiv im Traumhaus. Mir wird super, 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 super schnell schlecht. Und es ist halt in den Worten von JJ Jackpot absolut nicht like a Barbie zu kotzen. Deswegen, Queen JJ muss aufs Traumhaus. Frage Nummer neun. Würdest du dein ganzes Haus pink machen? Bei der Frage muss ich leider passen und euch eine Antwort geben, die auch voll not like a Barbie ist. Komplett pink wäre mir persönlich too much. Also ich persönlich finde es halt eher schön so ein bisschen weiß, ein bisschen dezent. Ein paar Accessoires halt in Gold und so oder auch in pink oder was auch immer. Aber die Hauptgrundfarbe pink ist mir persönlich zu viel. Frage Nummer zehn. Hast du irgendetwas bestimmtes von Barbie, was du jeden Tag trägst? Ich denke mal, dass sich die Frage in erster Linie irgendwie so auf Accessoires oder so bezieht. JJ hat ihr Barbie Tattoo gezeigt. Sowas habe ich alles nicht. Aber ich habe trotzdem etwas von Barbie jeden Tag dabei. Und zwar ist das mein Selbstbewusstsein. Barbie hat mir beigebracht, Mut zu haben und selbstbewusst zu sein und zu mir selber zu stehen. Barbie ist eine selbstbewusste, starke Frau. Und das habe ich mir definitiv von Barbie abgeguckt. Und mein Selbstbewusstsein habe ich definitiv jeden Tag dabei. So meine Lieben, das war es auch schon mit meinem Like a Barbie Tag. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Tag und dieses Video von mir gefallen hat. Ich persönlich habe mir jetzt überlegt, dass ich nicht gezielt Leute rauspick, die ich jetzt sozusagen tagge. Sondern es ist jeder willkommen, der dieses Video sieht und Bock drauf hat, es auch zu filmen. Ich habe alle meine YouTube-Freunde gleich gern, deswegen fische ich jetzt niemanden gezielt raus. Spannend ist es, von jedem die Antworten auf diese Fragen zu hören. Dementsprechend, ihr seid jetzt getaggt. So, und ich denke, das ist alles, was ich für heute zu sagen habe. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls es der Fall sein sollte, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und einen lieben kleinen Kommentar und mir mal Kommentarbox schreibt. Wenn ihr diese zwei Sachen abgehakt habt, bleibt nur noch eins, das wäre ein Abo. Dann haben wir das Triple im Sack. Meine Lieben, ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag! Bis zum nächsten Mal.